Servus, hier ist der Martin. Ich bin immer noch glücklich mit meinem 3.0, das läuft. Ich muss ja noch das Video machen, wo man all diese Features auch im Auto sieht. Seht es mir nach, ich mache es noch. Aber auch heute geht es um das 3.0er. Und zwar sieht jetzt auch die Seite myvolkswagen.de anders aus. Ihr wisst, auf myvolkswagen könnt ihr euch anmelden, könnt Sachen zu eurem eigenen individuellen Auto sehen. Und ja, da ist jetzt ein bisschen mehr zu sehen, wie es noch vor 3.0 war. Ich schalte einfach mal um und wir schauen uns das einfach mal schnell gemeinsam durch. So kennt man es auch schon. Die Fahrzeugdetails und das Bild vom Auto finde ich immer wieder hier sehr schön. Dass man das Auto hier auch durchklicken kann. Bei mir kommt hier auch das Richtige in der richtigen Farbe. Alles wunderbar. Hier rechts Ausstattung Details, Mediathek und digitales Bordbuch. Da gibt es eigentlich nichts Neues. Aber wenn ich dann mal runter scrolle, ich sage einfach mal so Richtung zweite Seite. Hier sieht es anders aus. Hier ist ein bisschen was dazugekommen. Und zwar hier auf der linken Seite Privatsphäreneinstellungen. Sie haben die Wahl zu meinen Einstellungen. Das drücke ich doch mal direkt. Welche weiß ich jetzt gar nicht mehr so auswendig. Ich glaube Abfahrtszeiten gab es schon. Fahrzeugstatus. Ich glaube das ist dazugekommen. Und man muss auch gucken, dass das an ist. Weil man will ja dann auch auf der App sehen, ob die Türen, Fenster oder sowas aufsehen. Klimatisierung dürfte gewesen sein. Laden dürfte gewesen sein. Ladestation dürfte auch gewesen sein. Online-Karten, Online-Route, Online-Sonderzielsuche war glaube ich auch alles schon. Ich weiß nicht, ich glaube der Ziel-Import, nee den gab es auch schon. Personalisierung, das könnte was Neues gewesen sein. Service-Terminplanung. Also ein paar Sachen müssten neu sein, ein paar Sachen müssten alt sein. Das kannst du jetzt viel besser vergleichen. Wenn du es also noch nicht hast, das 3.0, dann kannst du ja hier mal die Seite aufmachen, mein Video hier daneben legen. Dann siehst du was dazu kommt oder was schon vorhanden ist. Gehen wir einfach wieder zurück. Hier auf der rechten Seite die Inka-Apps. Da hatte ich vorher definitiv nichts. Jetzt habe ich drei von drei. Das heißt von allen verfügbaren habe ich alle gekauft. Das ist der Fahrzeugservice, WeCharge und Spiele. WeCharge ist die Kachel für die Ladevorgänge, also wo man Ladesäulen finden und filtern kann. Fahrzeugservice, da kann man, ja ich glaube das ist so eine Funktion, wenn man die hat oder aktiviert, dann wird man angerufen oder es wird Kontakt aufgenommen von der eingestellten Werkstatt. Zum Beispiel wenn ein Inspektionstermin oder sowas naht. Und Spiele, ja das sind verschiedene Spiele und das ist auch eine eigene Kachel. Und man kann ja mal im Webshop gucken, wie der aussieht, weil vorher, ja bin ich als auch immer wieder auf dem Webshop, aber habe dort nichts Brauchbares angezeigt bekommen. Da hieß es immer, das Auto, ich brauche erstmal ein Auto, wo den Webshop ansteuern kann. Aber jetzt geht es, ich klicke es mal direkt an. Weiter zum Webshop. Netter Kerl, müssen wir gleich mal hier runterrutschen. Und hier sind alle Produkte, die man kaufen kann. V-Connect Plus, V-Charge, V-Connect, Fahrzeugservice und Spiele. Auf Fahrzeugservice, Spiele und V-Charge ist immer schon eingegangen. Dann haben wir noch V-Connect und V-Connect Plus. Und das sind die Funktionen, die man halt braucht. Ja hier steht es ja, dass die Online-Dienste funktionieren. Warum es da zwei gibt und das alles, ja, möchte ich, weiß ich gar nicht genau. Ich habe einfach beide gekauft. Also es empfiehlt sich sowieso, direkt alles zu kaufen, was nichts kostet, damit das alles mal schön installiert ist. Gehe mal wieder zurück auf myvolkswagen.de. Und wenn ich ein bisschen runterrutsche, dann sieht man das auch hier auf der linken Seite. Ich habe Verträge gekauft, das V-Connect Plus, das V-Connect und das V-Connect Start. Ja, es sind eigentlich drei, aber wie gesagt, den genauen Unterschied, was da was jetzt kann, weiß ich nicht, will ich auch gar nicht wissen. Interessant ist hier, dass das, glaube ich, wie ich das gekauft hatte, oder andere Leute haben das gekauft mit einer Laufzeit von drei Jahren. Ich habe es gekauft vor einer Woche oder so, wahrscheinlich am 6.1., genau. Aber bei mir hat es eine Laufzeit von sechs Jahren. Vielen Dank, VW, finde ich gut. Vielleicht wird es irgendwann mal kostenpflichtig. Deswegen freue ich mich natürlich, umso länger ich das hier habe, desto besser. Musst du mal gucken, was bei dir da eingetragen ist. Würde mich interessieren, schreib es am besten in die Kommentare. Dann geht es hier wieder zu den Webshop. Auch bei mehr erfahren geht es nur in den Webshop. Auf der rechten Seite hier Fahrzeugnutzer. Hier kann man die Nutzer auch nochmal angucken. Hier gibt es den Martin. Und wenn es mehrere gibt, dann werden die wahrscheinlich hier alle aufgeführt. Ich habe nur einen Benutzer angelegt. Deswegen wird hier auch wahrscheinlich nur einen angezeigt. Und wenn ich hier auf Nutzer verwalten gehe, dann kann ich hier auch nur mich selbst quasi sehen. Dann gibt es unten noch aktuelle Reichweite. Das ist auch wie vorher, 213 Kilometer. Und bei Service und Wartung ist noch dazu gekommen dieser Punkt Service Terminplanung, den ich hier auch auf eingestellt habe. Und wenn man runterfährt, dann ist eigentlich auch nichts Neues dazu gekommen. Also das sind die paar Sachen, die sich hier geändert haben. Lohnt sich auf alle Fälle mal reinzugucken. Guckt euch das an mit der Laufzeit von diesem Vertrag, wie das bei euch ist. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Abonniert den Kanal. Vielen Dank. Tschüss.